Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab Juni 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf Düsseltal. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 40 m² beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 750 Euro pro Monat. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.